Digga, Chat, rafft ihr eigentlich, dass Kmh Kilometer pro Stunde heißt? Also, ich meine, wisst ihr, was ich damit meine? Guck mal, angenommen, man fährt ein Kmh, dann hat man nach einer Stunde ein Kmh zurückgelegt. Aber jetzt chill aus, chill aus. Ihr merkt den Unterschied ja nicht, ob ihr 100 fahrt oder 105. Ihr merkt keinen Unterschied, ob ihr 100 fahrt oder 105. Aber dieser kleine Unterschied sind 5 Kilometer mehr nach einer Stunde.